hallo willkommen zu einem neuen video wie ich auch schon vor kurzem angekündigt habe dass auch noch ein Jurassic World Video kommt und deshalb kommt jetzt auch eins und Transformers Videos kommen bald auch noch doch ich wollte jetzt auch mal was Jurassic World machen weil ich habe es sehr unterschätzt ich habe überlegt bei dem Weihnachtsfestival nimmst du den Transformer jetzt mit rein oder nicht das wird die Zuschauer bestimmt eh nicht interessieren da habe ich trotzdem gemacht dann haben halt welche geschrieben dass ich gerne weitermachen soll also dass die Transformers ganz gerne mögen aber ich dachte mir es kam so lange nichts mehr von Jurassic World also mache ich jetzt noch mal Jurassic World zwischendrin das war mit dem Edmontosaurus der war von der selben Reihe wie er hier der Dino Ceratops den ich heute vorstelle die Verpackung zeige ich aber jetzt nicht weil das ist genau dieselbe wie vom Edmontosaurus nur halt hin mit dem Sino Ceratops drauf also ich verlinke das Video vom Edmontosaurus das war ja das letzte Jurassic World Review da ist auch schon Monate her und ja das einzige was hier anders war ist dass hier noch so ein schönes Heft mit drin ist von der Jurassic World Serie Cam Cotaceous auf Netflix hier steht es auf Netflix ja die Serie habe ich noch nicht geschaut ich weiß nicht ob ich es noch machen werde wahrscheinlich schon aber sie hat halt nichts mit dem Film zu tun ist halt eigenständig und das ist eine Cartoon Serie also so animiert also jetzt nicht so wie in den Filmen ja Sinoceratops ich wollte ihn haben weil ihr seht ihr im Hintergrund ja den alten Sinoceratops der 2018 zum Film rauskam da hat man ja noch last minute so ähm einen Pachyrhinosaurus repainted in den Farben des Sinoceratops weil zuerst sollte ja im Film Pachyrhinosaurus vorkommen doch dann kam halt doch nicht vor und dann haben sich die Ersteller gedacht anstatt jetzt eine Figur rauszubringen die im Film nicht vorkommt und dann halt eben eine Figur die halt im Film vorkommt nicht rauszubringen die dachten die ja einfach ja dann repainten wir ihn schnell doch die Figur hier die kommt in der Serie darin vor habe ich gehört und ähm sie sieht halt auch noch mal was intensiver nach einem Sinoceratops aus als die Figur weil dort erkennt man noch den Pachyrhinosaurus aber wenn man die beiden so nebeneinander stellt kann man ja sagen dass das eine ein Männchen das andere ein Weibchen ist weil die sehen ja von den Farben ähnlich aus weil der ist ja den hier angelehnt von den Farben hier so ein bisschen so erkläre ich es mir dass es halt Männchen und Weibchen sind und dann wollte ich noch was sagen was die Jurassic World Figuren angeht ich wollte eigentlich ja noch den Kryolophosaurus haben aber ne den wollte ich mir eigentlich zu Weihnachten wünschen doch da ist so ein Spiel immer mit den Figuren mal ist eine ausverkauft dann ist die extrem teuer und sowas und da dachte ich mir ne kommt eh nicht in den Film vor und so wichtig ist die mir jetzt auch nicht also das hier ist die letzte die ich hier vorstelle bis zum dritten Teil natürlich ich weiß nicht ob die ähm dieses Jahr noch irgendwelche rausbringen weil letztes Jahr und vorletztes Jahr war es ja so obwohl kein Film rauskam haben die trotzdem Figuren rausgebracht dieses Jahr glaube ich dass es nicht so sein wird weil dieses Jahr sollte eigentlich der Film rauskommen doch der wurde auf nächstes Jahr verschoben und deshalb können die nicht einfach Last Minute irgendwelche Figuren nochmal rausbringen außer sie repainten die natürlich aber dann wäre das das haben sie ja auch schon in den letzten Jahren gemacht einfach Figuren repaintet das wäre dann total kacke wenn ihr jetzt keine Ahnung angenommen wir bringen die Figuren nochmal dieses Jahr fünf mal raus einer in lila einer in rot einer in blau und dann noch andere Farben die überhaupt nicht passen das ist doch nicht gut oder ja so sehe ich es zumindest wenn die meinen ja wir wollen ich habe nämlich auch gehört dass die Figuren rausbringen müssen die auch wenn keine Filme kommt damit die die Lizenz nicht verlieren dass die die dann bezahlen können von dem Geld was die für die Figuren da kriegen wenn die die verkaufen und die müssen ja irgendwie die Jurassic World die Cent bezahlen weil sonst haben die die immer nicht mehr deshalb machen die das also wenn die auf die Idee kommen dieses Jahr dann Last Minute irgendwas zu repainten schön für die aber ich werde es mir definitiv nicht holen außer wenn es vielleicht der Kryolophosaurus ist und der dann total billig vor mir im Laden steht dann sage ich nicht nein aber bestellen würde ich den jetzt auch nicht also ich würde den alten Kryolophosaurus würde ich mir nicht mehr bestellen weil der ja schon was lange etwas länger her ist als er rausgekommen war und dann war ständig nicht verfügbar überteuert und so und deshalb wenn er mir im Laden begegnet dann ja aber wenn er mir im Internet begegnet dann nein das da ziehe ich Abstriche weil falls das nicht passieren sollte dass die die Figuren nochmal neu auflegen genauso wie beim Pachy Cephalosaurus die erste Figur die war am 2018 raus kaum erhältlich die zweite kam bei den Dino Rivals raus auch überhaupt nicht in einem Laden zu sehen und im Internet auch immer ausverkauft und dann haben die die letztes Jahr nochmal eine dritte Version mir repainter rausgebracht und da genau selbe Spiel und die wollte ich ja eigentlich auch haben doch dann dachte ich mir ja ich scheiße jetzt auf gut Deutsch gesagt auf die Figur weil ich hab ja den Drakorix ich hab den Stüge Moloch also welche die zu seiner Art Familie gehören da muss ich den jetzt auch nicht machen wenn es immer so ein Spiel ist mit den Figuren mal ist sie nicht da mal ist sie ganz teuer das ist ne und das ist eh nur ein kleines Stück Plastik also ähm wahrscheinlich nur halb so groß wie die Figur ist der groß und dafür irgendwie jetzt 40 Euro so zu bezahlen ne und ich zahl auch nur auf Amazon im Internet nicht auf Ebay was Jurassic World Figuren angeht und auch nicht auf anderen Seiten sondern nur Amazon oder halt im Laden und ja so zu der Figur sind schon 6 verdammte Minuten vergangen und ich hab die ganze Zeit nur über alles drin rum gehören so ähm also was sie geändert haben bzw. was an den beiden Arten anders ist ist dass er hier zum Beispiel Löscher drin hat das hatte er im Film auch und die ähm Hörner die sind hier so nach hinten doch die von ihm die sind so nach vorne und auch das Großhorn was er nicht hat der ist natürlich auch sehr anders so das am Kopf was am Körper anders ist das kann ich nicht so genau sagen weil ich analysiere die Figur nicht so genau nicht so deutlich ich kann auch mal von unten zeigen ich glaub der ähm ich wollte schon grad Kühlergrill sagen das ist ein Lautsprecher kein Kühlergrill die müssten ungefähr gleich sein ja ok die Figur die gefällt mir schon mal besser als die aber ich werd die auf jeden Fall nicht weggeben sondern ich sag einfach dass wir ein Männchen und Weibchen oder man kann ja auch trotzdem sagen dass es ein Pachyhinosaurus ist der im Film nicht vorkam aber für ein Film geplant ist wäre äh geplant worden war bestes Deutsch egal ähm und das ist halt so eine Art Prototyp das kann man auch machen und ich zeig jetzt mal die Edge genau wie beim Edmontosaurus muss dann den Schwanz rumgehen dass der dann so in Kopf welchen Geräusche macht aber es sind andere Geräusche als bei ihm also die passen auch die passen auch zu ihm passen die meine ich auch aber zu ihm hier auch also ich weiß nicht ob besser oder schlechter aber sie passen auf jeden Fall wobei das hört sich ein bisschen nach einem Barione zu Spinosaurus an das Geräusch das gerade kam das passt auf jeden Fall das passt auch und dann müsste noch ein Geräusch kommen weil es sind ja immer vier Geräusche dann sind es bei der Figur eben nur drei Geräusche bevor ich das Video jetzt beende werde ich noch das Heft zeigen ja das sind so die Charaktere und da ist der Carnotaurus der so aussieht von den Farben her sehr stark wie im Jurassic World 2 aber er hat hier so eine Narbe ja so ich habe hier schon zwei Carnotaurus da will ich mir keine dritte holen keinen dritten holen dann hier Sticker die konnte man hier einkleben die waren jetzt so mit dabei ja da ist irgendwas geknickt jetzt nicht mehr so dann hier noch so dann hier noch ja das soll so eine Art Irregarten sein Martell Universal und da Netflix wird es euch mal gezeigt haben sag ich jetzt auch mal tschüss bis zum nächsten Mal